Hallo ihr Lieben, Grüße euch, da bin ich wieder. Heute ein bisschen früher als sonst, weil ich noch was zu tun habe. Tristan hat morgen Geburtstag und ich habe heute ein bisschen früher Feierabend, weil ich noch einkaufen muss und einen Kuchen backen und naja, das was man so als Mama eines dann 7-Jährigen alles so tun muss, wenn der Junior Geburtstag hat. Insofern hoffe ich, dass überhaupt irgendwer Zeit hat, jetzt zuzuschauen. Wenn nicht, dann könnt ihr es euch ja später anschauen und dann machen wir es dann. Was relativ häufig angefragt wurde und gesagt wurde, Simona, mach doch da mal was zu, ist die Anti-Baby-Pille, vor allen Dingen im Zusammenhang mit Schilddrüsenerkrankungen. Wie ist das insgesamt? Also welche Rolle spielt die da? Inwiefern ist das mit der Pille ein Problem? Und zum anderen, ach so, habt ihr Ton? Jetzt muss ich mal eben hier, Kommentar, ach jetzt geht das schon wieder nicht. So, ah jetzt kann ich euch sehen. Okay, ein Kommentar. Ah, habt ihr Ton? Macht mal Daumen hoch, wenn ihr Ton habt oder schreibt ihr habt Ton. Ich benutze schon wieder das Mikro, was beim Einmal keinen Ton produziert hat. Aber ich habe jetzt einen weiteren Adapter. Man braucht nämlich einen Adapter am Kabel, am Adapter, am Mikro, was man als einzeln kaufen muss. Und das wusste ich am Anfang noch nicht. So, alles gut. Wunderbar. Gut, also jetzt sind ja inzwischen auch schon ein paar da. Das passt dann ganz gut. Also wir reden über die Pille. Wird wie gesagt häufig gefragt, ist eine oft gestellte Frage. Wie ist das mit Schilddrüsenerkrankungen, mit Autoimmunerkrankungen und der Pille? Inwiefern spielt die da eine Rolle und welche Auswirkungen hat das? Zum einen gucken wir uns mal an, was ist denn die Anti-Baby-Pille? Woraus besteht die Anti-Baby-Pille? Die Anti-Baby-Pille besteht üblicherweise, wenn man jetzt keine Mini-Pille nimmt, auf die ich aber auch noch kurz komme, aus Ethyl-Estradiol, also einem künstlich verlängerten Östrogen, was durch die künstliche Verlängerung in seinem Abbau über die Leber stark gehemmt wird und dadurch sehr, sehr viel länger im Körper verbleibt, also einen sehr langfristigen Spiegel erreicht, sodass eben das über 24 Stunden verbleibt. Gegenüber dem natürlichen Estradiol, wenn man das schlucken würde, würde es sehr schnell über die Leber ausverstoffwechselt werden und rausgehen und das verhindert man, indem man diese Ethylgruppe anhängt. Daraus ergibt sich schon gleich mal das erste Problem. Es ist eben für die Leber wesentlich schwieriger, das zu verstoffwechseln. Deswegen führt die Pille auch einen gewissen Prozentanteil von Frauen zu einer deutlichen Leberwerterhöhung und kann sich schädigend auf die Leber auswirken. Das ist bekannt. Diese Frauen dürfen dann die Pille nicht mehr nehmen. Man kann sich aber, finde ich, auch daraus ableiten, dass eben auch bei allen anderen Frauen vielleicht die Pille nicht so optimal für die Leber ist. Und eben wenn die Leber langfristig damit beschäftigt ist, dieses Ethyl-Estradiol abzubauen, dass sie dann weniger andere Stoffe, die schädigend für uns und unser Immunsystem sein können, abbauen kann. Also der eine Stoff, der da drin ist und der ähnelt dem natürlichen Östrogen, was unser Körper eigentlich produziert, aber eben immer mit dieser Ethylgruppe angehängt. Das ist das, was üblicherweise da dran ist. Es gibt eine Pille, die diese Anhängung der Ethylgruppe nicht hat, die deswegen sehr, sehr konsequent, immer zur gleichen Zeit und so weiter auch genommen werden muss, also die nicht so eine hohe Toleranz hat. Aber da ist dann wieder ein Gestagen drin, was schwierig ist. Und dann ist da drin die Gestagene. Das Gestagen ersetzt quasi das Progesteron in der Pille. Und da ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, Gestagene sind keine künstlichen Progesterone. Also wenn wir uns die biochemische Struktur und die chemische Struktur, die Strukturformel dieser Stoffe angucken, dann sehen die völlig unterschiedlich aus. Also während es Progesteron-Ableger und dem Progesteron-ähnliche Stoffe gibt, gibt es halt eben – also wie zum Beispiel im Dufaston, das ist ein künstlicher Progesteron-Ableger, den man in der Kinderwunschbehandlung benutzt – das ist einfach so ähnlich wie das Progesteron, nur zehnmal wirksamer – sind die Gestagene, die in der Pille verwendet werden, überhaupt nicht so wie Progesteron und haben dementsprechend – also außer, dass sie eben dem Körper quasi eine Scheinschwangerschaft durch einen ständigen Progesteron spiegelt. Das stimmt übrigens nicht. Das ist nur ganz, ganz grob erklärt, so ein Mechanismus. Aber sie gaukeln dem Körper eben eine ständige Progesteron-Ausschüttung vor. Also es ist keine Scheinschwangerschaft, die die Pille macht. Das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Aber es wird immer so gesagt, damit man es besser verstehen kann, warum das nicht funktioniert, dass man dann noch weiter schwanger wird. Also die Gestagene blockieren die Progesteron-Rezeptoren, gaukeln dem Körper eine ständige Progesteron-Ausschüttung über einen bereits stattgefundenen Eisprung vor, haben aber keine der sonstigen positiven Wirkungen des Progesterons, die nämlich wären. Progesteron ist stark dehydrierend, das heißt, es führt dazu, dass Wasser aus dem Körper ausgeschieden wird, was vor allen Dingen bei Östrogendominanzen oft ja ein Problem ist mit Edemen und so weiter. Und was eben auch bei Schilddrüsenerkrankungen ja häufig ein Problem ist, dass man mit Edemen Schwierigkeiten hat. Des Weiteren wirkt es hoch antientzündlich. Bei Frauen ist Progesteron das mächtigste antientzündliche Hormon, das wir zur Verfügung haben. Bei Männern ist es das Testosteron. Auch Testosteron ist in großem Maße antientzündlich. Aber vor allen Dingen ist Progesteron hoch antientzündlich. Ja, also von daher, das fällt auch weg, diese hoch antientzündliche Wirkung, die die Leukoträne, Interleukine und diese ganzen Entzündungsprozesse in unserem Körper in Schach halten können. So, und dann als dritte Sache bei der ganzen Geschichte. Progesteron ist stimmungsstabilisierend, wirkt Angststörungen entgegen und sorgt dafür, dass wir insgesamt von der Stimmungslage einfach stabiler sind und stressresistenter sind. Und auch das fällt eben weg, wenn man das Progesteron nicht mehr nimmt oder nicht mehr produziert, weil man eben die Gestagene nimmt. Dann ist das Problem, dass die Gestagene unterschiedliche Zusatzwirkungen haben. Sehr viele Gestagene haben eine kortisolartige Wirkung. Das heißt, wenn man sowieso schon sich im Nebennierenfehlpunkt zum Stadium 1 oder 2 befindet, wo man ständig zu viel Cortisol hat, dann bewirken die Gestagene, die man einnimmt, die kortisolartig sind, für den Körper eine weitere Belastung durch eine Stressreaktion. Das kann hilfreich sein bei Personen, die sich im Stadium 3 oder 4 der Nebennierenfehlfunktion befinden, weswegen bei Nebennierenfehlfunktionen, wenn die Pille dann abgesetzt wird bei Menschen, die sich schon in dieser fortgeschrittenen Nebennierenfehlfunktion beschäftigen, das Absetzen der Pille zu einer deutlichen Verschlimmerung des Beschwerdebildes führen kann. Viel, viel häufiger – das hatte ich ja schon ein paar Mal erwähnt – das ist im Stadium 1 und 2. Und wenn ich hier jetzt noch ein kortisolartiges Gestagen mit dazugebe, kann das die Problematik beschärfen. Dann kann es Mineralkorticoide-Wirkungen haben, also so wie das Aldosteron. Das ist meistens recht hilfreich, weil man eher Aldosteron zu wenig hat. Nichtsdestotrotz ist es auch wieder etwas Künstliches. Und es kann androgenartige Wirkung haben. Auch das tendenziell, also das ist so ein bisschen so, dass diese androgenartige Wirkung, diese antiandrogene Wirkung, wenn man die haben will, vor allem bei Frauen mit einem PCS, mit einem zusätzlichen Herotismus, also mit so starker Behaarung, männlichem Haarausfall usw., ist die Pille oft das Einzige, was wirklich da eine erhebliche Verbesserung bringt. Und dann muss man ganz stark abwägen zwischen dem, was man möchte und dem, was eben nicht gut ist. Und dann für sich entscheiden, ob man die Pille weiterhin nehmen möchte oder nicht. Weil ich finde immer, wenn es eine starke Lebensqualitätseinschränkung ist und ein männlicher Haarausfall, eine starke zusätzliche Körperbehaarung usw., das ist eine ganz, ganz starke psychische Belastung. Also gerade was Haarausfall angeht, das ist etwas, was Frauen wahnsinnig belasten kann und was eine ganz massive psychische Belastung machen kann. Und wenn man das eben unterbinden kann durch eine Pille, ist das eventuell dann tatsächlich begründbar zu sagen, das ist hilfreicher, als wenn man die Pille nicht nimmt. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass man das ganz, ganz individuell entscheidet. Prinzipiell ist es aber so, dass die Pille eben mit dem ganzen Körper-Hormon-Haushalt total rummacht und uns eben diese starke anti-inflammatorische Wirkung des Progesterons wegnimmt und eventuell ungünstige Wirkungen der Gestagene mit hinzufügt plus die Leber zusätzlich stark belastet. Dann kommt ein weiterer ganz starker Punkt dazu, es gibt kaum ein Medikament außer den NSAR, also den Schmerzmitteln, was so stark Leaky Gut auslöst und Probleme auslösen kann wie die Pille. Also auch da, Darmundichtigkeiten können auch durch die oral eingenommene Pille mit verursacht werden. Auch das wiederum ungünstig, wenn man eine Autoimmunerkrankung hat, weil was wir ja vor allen Dingen nicht haben wollen, ist das Leaky Gut, damit unser Körper nicht weiteren Bremdproteinen ausgesetzt wird und dadurch immer wieder eine Triggerung der Autoimmunerkrankung entsteht. Wenn du da die letzten Videos noch nicht gesehen hast und da was gerne zu sehen gibt, scrollen wir mal runter. Da kommt irgendwann Darmpermeabilitätsstörungen, Wikigat und guck dir da gerne das Video nochmal zu an. Da erkläre ich das nochmal ganz, ganz genau. Weiterer ganz, ganz wichtiger Punkt. Durch das Ethylestradiol, dadurch, dass es langfristig so einen hohen Spiegel an Östrogen quasi im Hormon macht und eine starke künstliche Östrogendominanz auslöst, möchte der Körper das natürlich gerne loswerden. Und dementsprechend schießt er die Hormonproduktion oder die Globulinproduktion von SHBG, Steroidhormonbindendem Globulin, massiv nach oben. Und zwar zum Teil auf ein Zehnfaches. Also normal ist so bei Frauen um 100 rum. Das ist schon relativ hoch. Und es ist dann gerne mal bei 900 oder so. Da könnte man jetzt sagen, naja, ist ja egal. Kommt ja durch die Pille genug rein. Stimmt auch. Also dadurch hält der Körper gerade so einen Spiegel, der eben halbwegs für ihn akzeptabel ist und mit dem einiger, was nicht klar ist, kommt. Das Problem ist, Steroidhormonbindendes Globulin bindet auch unspezifisch Schilddrüsenhormone. Das heißt, von dem bisschen, was meine Schilddrüse vielleicht noch tut, wenn ich nicht viel an Schilddrüsenhormonen zusätzlich nehme, wird auch noch ein Großteil abgebunden. Und oder, wenn ich Schilddrüsenhormone nehme, ist mein Bedarf deutlich erhöht. Plus, wenn ich eine Pillenpause mache, also wenn ich versuche, einen regelmäßigen, normalen Zyklus zu simulieren, was übrigens Quatsch ist, also es ist eine reine Simulation, die man eingeführt hat, weil die Frauen das so wollten. Also den Frauen erschien das bei der Einführung der Pille zu Recht, muss man sagen, zu Recht erschien den Frauen das unnatürlich und deswegen wollten sie gerne, dass wieder eine monatliche Blutung eintritt. Und deswegen hat man sich für diese Pillenpause entschieden. Dafür gibt es keinen physiologischen Grund. Also es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, überhaupt eine Pillenpause zu machen, wenn man die Pille dann schon nimmt. Also es gibt keine reinigende Wirkung durch die Blutung oder so, was häufiger mal behauptet wird. Wo war ich eigentlich? SHBG. Also in der Pillenpause sinkt das SHBG dann wieder. Es wird plötzlich dann, wenn ich sehr viele Schilddrüsenhormone nehme, mehr Schilddrüsenhormone frei, wenn das SHBG leicht absinkt. Und ich habe dann starke Schwankungen in meinem Schilddrüsenhormon. Übrigens ein Phänomen, was leider auch, wenn man nicht die Pille nimmt, häufiger mal auftritt bei Schilddrüsenhormoneinnahme und Schwankungen im Laufe des Zykluses. Ja, also von daher relativ viele Problematiken. Dadurch aber auch die Problematik, was halt eben auch, das war so oft die Frage, wie setze ich denn die Pille möglichst schonend ab? Also durch das Absetzen und das hohe SHBG, wenn das dann runtergeht, kann es sein, dass plötzlich viel mehr Schilddrüsenhormone frei sein. Das heißt, wenn ihr die Pille absetzen wollt, zum einen muss beachtet werden. Es kann sein, ihr braucht deutlich weniger Schilddrüsenhormone. Das heißt, es muss sehr zeitnah nachkontrolliert werden. Wenn irgendwie Überfunktionssymptome auftreten, vor allem Problem mit Herzrasen und sowas auftreten nach dem Absetzen, kann es sein, dass das relativ akut einfach zu viele Schilddrüsenhormone sind durch eine Verbesserung des SHBGs. Man sollte die Leber unterstützen, damit möglichst schnell diese ganzen Abbauprodukte und so weiter los wird. Und ich würde eventuell von vornherein eine Progesteronunterstützung hinzugeben, um die Wirkung der dann auftretenden massiven oder fast immer auftretenden massiven Östrogendominanz nach dem Absetzen der Pille vorzubeugen. Also, dass man Progesteron zusätzlich einnimmt, was für die Leber unterstützen tut, um die Giftstoffe besser rausbringen zu können. Und dass man ganz, ganz zeitnah guckt, wie sind die Schilddrüsenhormone, wie soll ich damit rangehen. Kann ich die antihandrogene Wirkung auch ohne Pille hervorrufen? Genau, das ist das, was ich gesagt habe, weswegen man genau gucken muss, wie ist so der individuelle Stress durch die Hyperandrogenämie? Nicht so wirklich. Also, es gibt das Spironolakton. Spironolakton hat eigentlich eine Mineralkortikoide Wirkung, hat aber eine Restantihandrogene Wirkung, ist eigentlich für diese Indikation nicht gedacht, kann man aber verwenden. Das funktioniert manchmal, hat aber auch eine ganze Menge Nebenwirkungen, vor allen Dingen eine ganze Menge Nebenwirkungen auch auf die Nebenniere. Also, insofern sollte man da auch eher vorsichtig sein, aber das ist etwas, wo es manchmal Therapieversuche gibt. Also, was man da benutzt, es gibt natürlich Antiandrogene, also die echten Antiandrogene, die ganz, ganz massiv in den Hormonhaushalt angriffen. Massive Nebenwirkungen, die kann man aber geben. Das ist aber eigentlich so Ultima Ratio der Behandlung bei PCOS, also wenn es irgendwie gar nicht mehr anders geht. Die machen halt auch einen extremen Libidoverlust. Eine starke Affektlabilität ist, dass man weinerlich wird, reizbar, also eher auch nicht so zu empfehlen unbedingt. Und dann gibt es eben ein paar natürliche Antiandrogene Substanzen, die diesen Umbauprozess hemmen sollen. Und die könnte man da verwenden. Also, man kann versuchen, den Östrogenspiegel ein bisschen anzuschieben, zum Beispiel über Hopfen. Also, man hat Hopfen rein. Kurkuma ist eine super Substanz, weil es den Steroidabbau insgesamt verbessert. Und zugunsten der Beschleunigung des Abbaus, sodass auch weniger diese starken Androgenwirkungen auftreten. Ja, also es gibt ein paar natürliche Stoffe, die man nehmen kann. Man kann eventuell mit Phytoöstrogen arbeiten. Das mache ich persönlich aber nicht gerne, weil die Phytoöstrogene auch Östrogendominanzen hervorrufen können. So, ich muss hier immer runterscrollen, um Fragen zu sehen. Welche Alternativen gibt es? Also, ich persönlich bevorzuge auch für junge Mädchen, jung oder alt oder völlig egal. Ich finde, jede Frau sollte NFP lernen, natürliche Familienplanung. Da wird jetzt oft gesagt, das ist doch so unsicher, das stimmt nicht. Also, wenn man es richtig erlernt hat und wirklich kann, dann ist es überhaupt nicht unsicher. Der Perl-Index, der Symptodermalen-Methode, also wo man tatsächlich zwei bis drei Symptome untersucht, sprich den Cervixschleim, die Beschärfenheit der Cervix und die Temperatur. Das sind die drei Methoden, man sollte mindestens zwei davon tätig untersuchen, liegt bei einem Perl-Index von eins. Das entspricht den alten Pillen. Das heißt, es ist nicht unsicherer als die Pille, sondern ist ungefähr gleichwertig. Aber es bedarf natürlich einer hohen Auseinandersetzung mit dem Ganzen. Man muss aber sagen, durch diese Möglichkeiten, die ich schon mal in einem anderen Video vorgestellt habe, dass man heute den I-Button nutzen kann. Ein Thermometer, was in der Scheide, in der Silikonhülle getragen wird und alle halbe Stunde die Temperatur misst, kann man zum Beispiel einen super sauberen Temperaturverlauf ermitteln. Ganz, ganz einfach am Computer auswerten lassen und kann dann super genau seinen Eisprung ermitteln lassen. Klar, man muss dann in der ersten Zyklushälfte zusätzlich Kondome verwenden, wobei ich halt persönlich finde, junge Mädchen sollten nach Möglichkeit, außer sie sind in einer langen Zeitbeziehung, sowieso Kondome verwenden, um halt Geschlechtskrankheiten vorzubeugen. Aber wenn man sagt, okay, das ist mir alles nichts, ich will mich da eigentlich überhaupt nicht darum kümmern und ich will da nichts mehr zu tun haben, dann wäre es eben eine andere Möglichkeit. Dann gibt es tatsächlich die Kupferkette. Die Kupferkette, finde ich, hat den großen Nachteil, dass sie in die Gebärmutter eingeschraubt wird und dadurch ein Fremdkörper ist, der im Gebärmutterkörper drin sitzt und bei Leuten, die da eine Neigung zu haben, eben dazu führen kann, dass der Körper da drumherum wächst und die dann in den Bauchraum hin abgibt, was sehr ungünstig ist oder in die andere Richtung einfach nach draußen und sie dann rausfällt. Andere Möglichkeit ist der Kupferball, hat auch einen super kleinen Insurter, das ist toll, also den bringt man einfach rein. Den Kupferball habe ich selber noch nie gelegt, insofern weiß ich nicht, ob es leicht und gut geht bei jungen Mädchen. Da als mein Tipp, das sollte nach Möglichkeit während der fruchtbaren Tage gemacht werden. Also wenn eine Frau halbwegs ermitteln kann, wann ihre fruchtbaren Tage sind, dann sollte sie sich die Kupferkette oder den Kupferball oder was auch immer legen lassen an den fruchtbaren Tagen und nicht während der Mens. Es wird üblicherweise mal vom Frauenarzt gesagt, kommen Sie, wenn Sie bluten. Der Gebärmutterhals ist aber sehr hart während der Blutung. Während der fruchtbaren Tage ist er super weich und es läuft eben Cervixschleim noch aus, das heißt, es ist gut geschmiert, man kriegt die da super rein. Das ist der ideale Zeitpunkt und das wäre ungefähr so drei, vier, fünf Tage nachdem die Mens zu Ende ist. Also das wäre eher das, was ich empfehlen würde, dass man zu dem Zeitpunkt zum Frauenarzt geht. Erstens, der Arzt sieht besser, weil kein Blut rausläuft, was einem halt immer die Sicht wegnimmt, was blöd ist. Und zweitens, der Gebärmutterhals ist ganz weich und man kann ganz sauber und fast schmerzfrei den Kupferball oder die Kupferkette einsetzen. Und ansonsten gibt es noch das Mini-Tee, also die ganz normale Spirale in Mini. Die hat ein bisschen größeren Insert als die Kupferkette und der Kupferball, aber dieses kleine bisschen größer ist im Prinzip eigentlich auch unkompliziert. Und es ist viel billiger als die Kupferkette und der Kupferball und ist aber nicht wesentlich schmerzhafter. Also bei den meisten Nullipara kann man auch problemlos das setzen. Ja, das sind so die Möglichkeiten. Ansonsten gibt es inzwischen gute Möglichkeiten. Es gibt das Kaya-Diafragma, das ist ein Silikon-Diafragma, was sich an die Körperstruktur der Frau unter Wärme anpasst und wenig zu spüren ist. Für den Partner meistens gar nicht, für die Frau relativ wenig. Man braucht aber auch ein bisschen Übung, bis man das einsetzen kann. Und dann gibt es die Portio-Kappe, die heißt Fem-Kappe. Auch das ist natürlich, man muss relativ tief mit dem Finger, mit dem Ding in die Scheide eingehen. Das ist für junge Mädchen erstmal ungewohnt und muss dann den Sitz überprüfen. Wenn man sich aber erstmal daran gewöhnt hat, ist die Fem-Kappe super. Also die Fem-Kappe ist sehr sicher, hat einen sehr guten Pearl-Index, bietet einen guten Schutz und ist beim Verkehr eigentlich nicht zu merken. Man kann sie fünf, sechs Stunden vorher einsetzen und acht Stunden später rausnehmen, sodass es eben auch keine Unterbrechung gibt, wenn man Kondome nicht möchte. Und insgesamt sind das beides eben auch Verhütungsmethoden, die man zusätzlich gut verwenden kann zum NFP. Also ich bin ein Riesenfreund von NFP und ich mache das selber auch schon seitdem ich 22 bin und finde halt, dass es auch für jüngere Frauen durchaus eine sinnvolle und gute Methode ist. Und es ist halt super nützlich, finde ich insgesamt, wenn man die Funktionen seines Körpers lernt, wenn man weiß, wann habe ich einen Eisprung, wann bin ich fruchtbar, wie fühle ich mich dann, wie verändert sich mein Geruchssinn, wie verändert sich zum Teil mein Verhalten, dass ich weiß, warum bin ich jetzt so und so, liegt es am Eisprung, liegt es an dem und dem. Also finde ich da super hilfreich. So, das war jetzt die kleine Verhütungsberatung für alle. Was für Progesteron sollte man nehmen? Immer wirklich Progesteron. Es gibt nur ein Progesteron. Und da wird ganz oft erzählt, das wäre künstlich und irgendwas und so weiter. Ja klar, künstlich ist das alles. Also außer, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber es wird immer noch gesagt, also Firma Kade hier in Berlin, die kaufen, also haben ganz lange immer Plazenten eingekauft weltweit und haben daraus Progesteron gewonnen. Das ist dann wirklich humanidentisches Progesteron beziehungsweise humanes Progesteron, weil es wurde ja vom Menschen aus der Plazenta gewonnen. Die beiden Wirkstoffe wären Utrogest und Progestan. Es kann aber auch sein, dass auch diese inzwischen synthetisch produziert werden. Ich glaube aber, die werden immer noch aus Plazenta produziert. Dann gibt es ansonsten Faminita. Faminita enthält auch natürliches Progesteron, genauso chemisch exakt identisch. Es entspricht dem, was wir selber produzieren. Einziger Unterschied, es wird aus Jamswurzel chemisch verlängert. Also es wird Dinogest aus Jamswurzel gewonnen und dann chemisch verlängert. Welches Progesteron sollte man nehmen? Wirklich Progesteron, nicht irgendeinen anderen Kram. Kein Dufaston oder auf keinen Fall irgendein Gestagen. Weil das ist kein Progesteron, das ist wie gesagt ein Gestagen. Und es gibt nur eine Sorte Progesteron. So, soll man bei großen Biomen das absetzen? Also das Problem ist, dass klar unter dem starken Gestagen werden die Rezeptoren an der Gebärmutter blockiert. Und dadurch erhofft man sich, dass das Myom nicht weiter wächst. Man muss sagen, das klappt in manchen Fällen, in vielen aber auch nicht. Tatsächlich sind Myome aber wahrscheinlich ein schon lange bestehender Progesteron-Mangel. Und wenn man Myome funktionell behandelt, dann gibt man relativ hochdosiert und auch relativ dauerhaft über eine sehr hohe Länge Progesteron. Und in vielen Fällen erreicht man dadurch dann tatsächlich eine Schrumpfung des Myoms und eine deutliche Verbesserung der Erkrankung. Aber das muss im Einzelfall individuell entschieden werden. Wenn man einfach nur die Pille absetzt und man hat ein Myome und macht nichts weiter anderes, dann ist tatsächlich das Risiko, dass das Ding weiter wächst und man dadurch noch mehr Probleme kriegt, auf jeden Fall gegeben. So, habt ihr sonst noch Fragen? Das war jetzt sehr frauenspezifisch. Es sind ja auch immer ein paar Männer dabei, sorry. Aber es gibt eine ganze Menge Themen. Also Autoimmunerkrankung ist halt das Verhältnis einfach 10 zu 1 Frauen zu Männer. Und deswegen gibt es einfach eine Menge Themen, die frauenspezifisch sind und die ich aber super finde. Ich finde trotzdem, die zu besprechen. Es waren jetzt ja doch noch einige da. Das freut mich sehr. Ja, wir waren ja irgendwann schon mal bei 80, aber heute war ich ja auch nicht in meiner Zeit. Ich bin ja eine Stunde zu früh. Also ich würde mich insofern wie immer riesig freuen, wenn ihr das Video teilen würdet, weil ich würde mich ganz doll freuen, wenn demnächst auch mal wieder ein paar mehr dabei wären. Morgen hat, wie gesagt, der Tristan Geburtstag. Ich würde sagen, morgen machen wir mal um zwei. Ich trage das oben auch noch mit ein. Morgen machen wir mal 14 Uhr. 14 Uhr morgen Facebook Live. Wenn ihr noch ein Thema habt, ich habe für morgen noch keins, dann postet mir das mal unten drunter oder macht jetzt noch einen Vorschlag. Dann können wir das noch gemeinsam diskutieren quasi, ob es gut gefunden wird oder nicht. Ansonsten mache ich irgendwas, was mir morgen spontan einfällt. Ich persönlich beschäftige mich eben auch ganz viel mit Entgiftungsgeschichten und so weiter und würde vielleicht dann da noch was zu erzählen und zu den verschiedenen Prozessen da. Aber wir könnten auch ganz was anderes machen, als wenn ihr einen guten Vorschlag habt und sagt einfach Bescheid. Bei Darmentzündung kann man Progesteron geben. Progesteron ist, wie gesagt, hoch antientzündlich, ist da super hilfreich. Pille ist bei Colitis ulcerosa extrem ungünstig. Also alles, was ich vorher auch gesagt habe, gilt für Colitis ulcerosa auch. Ach so, eine androgene Wirkung. Ne, die Frage verstehe ich nicht. Du hast einen Hyrsotismus und willst aber trotzdem gerne Testosteron zuführen. Ja, also da müsste man im Prinzip gucken, dass man die Aromatase-Wirkung zwischen Androstendion und die Hydrotestosteron und Testosteron unterbindet. Das ist sehr, sehr speziell. Also da braucht es einen guten Gynäkologen – Quatsch – meistens Endokrinologen, aber Gynäkologen machen das auch häufig, dass sich das dann anguckt, die einzelnen Werte anguckt. Und dann müsste man da eventuell sogar mit einem synthetischen Aromatase-Hämmer rangehen. Aber das ist sehr, sehr speziell und auch zu speziell für ein Facebook Live. Sorry. Ja, also wenn ihr den habt, dann schickt es mir. So, Entgiftung. Ja, was tut man beim hohen SHBG? Die einfachsten Maßnahmen erstmal, die ich versuchen würde beim hohen SHBG, ist S-Adenosylmethionin, Mariendiestel – sehr hoch dosiert – und Kurkuma. Und dann beobachten, ob der SHBG da drunter geht. Okay, Entgiftung gefällt euch, das ist super. Da kann man auch ein paar mehr von zumachen. Dann legen wir damit morgen mal ein bisschen dos. So, ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag. Ich hoffe, ihr hattet tolle Ostern. Meine Ostern waren schön. Heute ist das Wetter in Berlin wieder ziemlich gut. Und Hashimoto und Blutzucker habe ich gerade erst ein paar Mal gemacht, Silke. Scroll mal nach unten bei den Live-Videos. Da hatten wir in letzter Zeit relativ viel zu. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Gebt mir gerne nochmal einen Daumen hoch, teilt das Video. Danke, dass ihr da wart. Und bis morgen. Und morgen 14 Uhr, weil Tristan hat Geburtstag. Bis dann. Tschüss.